hallo liebe audio freunde vor mir steht ein prachtstück von endverstärker heute die trinoff amplitude 16 die wurde von zahlreichen testmagazinen schon derart mit lob überschüttet dass ich mir gedacht habe okay das ding muss ich jetzt unbedingt auch mal in meinem setup testen ausgiebig testen und zwar sowohl im surround betrieb als auch wo dann die klanglichen vorzüge oder nicht vorzüge auch zur geltung kommen im stereo betrieb um es vorwegzunehmen dieses gerät hat mich begeistert es ist ab sofort teil meiner vorführung die ich hier mache im heimkino und treibt bei mir die höhen lautsprecher die surround lautsprecher und auch den center lautsprecher an was macht die amplitude 16 so einzigartig das ist einmal die kanalanzahl in diesem kompakten drei höheneinheiten umfassenden gehäuse haben wir tatsächlich 16 kanäle untergebracht der name sagt das schöne ist ich kann die kanäle auch brücken dann höre ich noch mehr rat raus aus dem jeweiligen kanal habt ihr natürlich weniger zur verfügung die zahlen sprechen für sich ich habe im normalen betrieb 200 watt an 8 ohm 400 watt an 4 ohm wenn ich das ganze brücke habe ich und dann wird es interessant 800 watt an 8 ohm und 1000 watt an 4 ohm das macht die endstufe auch zu einem geeigneten partner für einen passiven subwoofer das ist auf jeden fall eine option die ich mit anderen klassischen surround verstärkern mit 8 bis 12 kanälen wie sie auch immer haben im regelfall nicht habe denn da ist bei gleichzeitigen betrieb aller kanäle oft schon bei 100 oder 150 watt schluss was seienet die trinoff amplitude 16 nun vor allem klanglich aus ich finde sie spielt auf einem sehr hohen ich will sagen audiophilen niveau das mache ich daran fest dass sie von der auflösungsfähigkeit her deutlich besser ist als andere class die endstufen die ich schon gehört habe sie ist natürlich durch die durch den hohen dämpfungsfaktor durch die hohe wattzahl die sie an start bringt mit ordentlich dynamik gesegnet also da ist ordentlich punch dabei eine hohe kontrolle insbesondere im bass zeichnet sie aus aber und da wird es dann interessant sie ist im hochmittelton auf keinen fall irgendwie harsch nervig wenn frauen stimmen singen gerade bei höheren lautstärken das ist für mich ein faktor der extrem wichtig ist und wo andere class die endstufen die schon gehört habe durchaus mal ja versagen will ich nicht sagen aber die mich eben absolut nicht abholen da hat sie sich wirklich sehr sehr gut geschlagen auch die bühnen abbildung von der realität einer bühne sehr sehr gut in der breite und auch tiefe leuchtete das fantastisch aus also wirklich ein fantastisches klangerlebnis obwohl in anführungszeichen eben nur die ice power module verbaut sind aber anscheinend hat sich trinoff zusammen mit diesen endstufen mit diesem endstufen modul hersteller sehr viel mühe gegeben um daraus ein schaltungskonzept zu bauen das a in dieses gehäuse passt und b dann klanglich allererste sahne ist muss man ganz klar sagen es geht natürlich wenn man es dann mit den apollo mono endstufen die ich ja auch besitze im stereo betrieb vergleicht noch ein ticken besser dann sind wir aber auch wieder in einer ganz ganz anderen preisliga von daher sei noch mal wiederholt für mich ein absoluter best buy auch was den klang anbelangt gibt es irgendeinen nachteil bei der endstufe überhaupt wenn man was bekritteln möchte dann ist es sicherlich der gain der mit 16 db relativ niedrig ausfällt das heißt wenn man jetzt wirkungsgrad schwache lautsprecher hat und eine andere vorstufe die vielleicht nicht so eine hohe ausgangsleistung wie die trinoff altitude vorverstärker haben dann sollte man das vorher mal testen für die trinoff altitude ist es natürlich ein perfekter partner aber man muss auch je nachdem wie wirkungsgrad schwach die surround lautsprecher insbesondere sind manchmal mit der aktiv weiche im gain ein bisschen hoch gehen um dann ein ausgewogenes lautstärke niveau bei der einmessung und dann natürlich auch beim hören zu erzielen ich würde mir wünschen dass es wie bei apollo audio einen gain regler pro kanal pärchen gibt wo ich dann an der endstufe noch zwischen verschiedenen gain stufen regeln kann vielleicht bringt es ja trinoff beim ein oder anderen update mal raus wie gesagt das ist jetzt jammern auf hohem niveau aber ich wollte es trotzdem angemerkt haben das gerät kommt mit einer sehr schicken anleitung wo auch noch mal die technischen daten und so weiter aufgeführt sind die verschiedenen funktionen die erläutere ich jetzt gleich noch mal am lebendobjekt schalten wir das gerät mal an ihr seht dann leuchtet unten die led grün während es hoch fährt die beiden blöcke nenne ich jetzt mal kanal 1 bis 8 und 9 bis 16 werden auch getrennt und nacheinander hochgefahren also man braucht sich keine sorgen um die heimische stromversorgung machen und bei angeschalteter led sieht man dann auch dass jetzt alle diese 16 kanäle nicht gebrückt sind wenn ich das tue und auf der rückseite die schalter betätige was ich jetzt mache dann sehe ich das automatisch zum beispiel jetzt zwischen 1 und 2 3 und 4 5 und 6 striche auftauchen also didaktisch wunderbar gelöst die mir zeigen diese kanäle sind nun gebrückt sagen natürlich die ganzen heimkino enthusiasten led didaktik toll und schön aber stört natürlich beim gucken geht das nicht aus natürlich geht es aus gibt schalter dafür kann man die led auf stellen dauert aber ein bisschen also nicht wundern und dann schaut das ganze so aus als ob das gerät gar nicht eingeschaltet wäre schauen wir uns die rückseite an da haben wir hier diese schalter mit denen ich die kanäle brücken kann und man sieht wirklich auch wieder toll gelöst finde ich grafisch wie man jetzt die verkabelung für die gebrückten kanäle vornehmen muss eben oben der plus und unten dann schräg versetzt der minus im übrigen wenn man doch mal was falsch verkabeln sollte zeigt es auch vorne am gerät im display eine entsprechende meldung an was immer sonst noch auf der rückseite wir haben tatsächlich zwei getrennte stromversorgungen für die beiden endstufen blöcke 1 bis 8 9 bis 16 das heißt man braucht logischerweise zwei netzkabel dann haben wir rechts oben natürlich einschaltautomatiken ausschaltautomatiken je nachdem wie man es verkabelt einen 12 volt trigger einmal in input und einmal in output richtung daneben den led schalter mit on und off funktion wie vorher erläutert und darunter befindet sich dann die eigentliche kanalverkabelung aus platzgründen konnte man hier natürlich keine xlr option mehr unterbringen deswegen läuft das alles über diese sap d25 verkabelungen die natürlich gerade im zusammenspiel mit den trino vor verstärkern auch eine sehr bequeme und platzsparende lösung sind und ganz oben sticht dann noch ins auge die blende für optional audio over ip das heißt die amplitude 16 ist bereits vorbereitet für die künftig irgendwann erscheinende audio over ip funktion der trino vorstufen und lässt dann eine entsprechende verkabelung zu mit einem modul das man dann zusätzlich erwerben kann so und jetzt schalten wir die endstufe wieder aus das schaut dann so aus und das heißt aber noch lange nicht dass das video zu ende ist mancher fragt sich natürlich wie laut ist die endstufe und wie heiß wird die endstufe auch da kann ich entwarnung geben es sind hier an dieser seite sind zwei lüfter verbaut diese lüfter sind praktisch nicht hörbar insbesondere am hörplatz also man muss direkt mit dem ohr hingehen dass die hörbar sind ist also keine beeinträchtigung auch wenn das ding im wohnzimmer oder heimkinoraum steht das ist schon mal gut ich habe auch wirklich mit voll last das ding gefahren ich konnte die also nicht zu irgendwelchen drehzahlen bewegen die dann sich störend ausgewirkt hätten also das ist schon mal klasse und warm wird sie ja herstellerangabe ist 40 grad mehr hätte ich jetzt auch wenn ich da drauf gefasst habe auch nicht vermutet von daher dass es auch insgesamt noch mal ein faktor der für diese endstufe spricht allgemein klasse die endstufen sind natürlich was wirkungsgrad angeht und wärmeentwicklung den klasse abe endstufen deutlich voraus gerade in zeiten von energie knappheit darf man ja auch nicht außer acht lassen was schön ist bei der mp16 dass sie natürlich mit den trin auf endstufen hervorragend harmoniert auch was die anschlüsse angeht ich zeige euch das mal kurz hier es gibt also von trin auf solche breakout kabel das ist mehr für die altitude 16 besitzer also das ist der input für die mp16 wo ja aus platzgründen keine xlrs vorhanden sind und mit denen geht man dann hoppsala aus der altitude 16 vorstufe raus bei der altitude 32 ist es noch komfortabler habe ich nämlich überhaupt kein kabel salat mehr das langt für acht kanäle fazit zur amplitude 16 wer sein heimkino mit sehr sehr viel kanälen auf kompaktesten raum und mit einem sehr sehr guten klang was die endstufe angeht ausstatten will der sollte sich auf jeden fall die amplitude 16 mit ansehen ihr wisst ich habe nicht viele endverstärker die ich empfehle die von apollon habe ich bereits vorgestellt die ist ab sofort ganz ganz weit oben auf meiner liste und ich kann die überschwänglichen testberichte die dieses gerät erhalten hat nach dem eigenen probe hören wirklich nachvollziehen ich freue mich dass ich ab sofort dieses gerät in der vorführung habe kommt vorbei wenn es euch anhören wollt ich habe in der regel auch ein gerät auf lager das ich verleihen kann wenn es einer vor zu hause mal testen möchte das kann man gegen kleinen unkostenbeitrag machen biete ich an ich bin mir sicher ihr werdet auch begeistert von diesem gerät sein in diesem sinne auf bald audio viele grüße euer audio freak